Auch was ist denn das? Man TURTLES Hast du die Serie in deinem ganzen Leben überhaupt mal geguckt? Erstens, heißen sie nicht in Europa Ninja Turtles, sondern Hero Heroes Turtles Ja, Tobias kommst du? Oder wer ist das bei der unter uns? Weil Ninja... Ja, weil Ninja ein bisschen brutal für die Kinder sind Ja sicher Ja! Ja? Wollen wir uns hier streiten? Ja, Google ist Ach, dass Tobias? Im... Europäischen und im Englischen... Oh Tobias, willst du deine... Findest du, dass die Karre ist gepanzert?! Hast du aber ne... Hast du aber ne schöne Panzerung? ich hab immer noch ein stern ist der reichen die panzerung ja ich bin nicht sterne los also ich würde sagen der abend war erstmal erfolgreich für eine stunde und abonnenten mehr der legt die ganze Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, wer ist Pilot? Euch. In der Nähe. Deutscher. Anscheinend. Stimmt, ein Nazi. Ey, Alter. Bin ich ein Grüner oder was? Ne, ein Linker, ein Linker. Die Linken machen das immer. Der Ficker, der hersteht? Das ist kein Problem für mich. Alter. Scheiße. Ey, Alter, ich hoffe, das war's. Ui. Ich war's nicht. Ich war's bitte. Nicht auf mich schießen. Ich war's nicht. Ey, Gott, die Russen greifen an. Warte, ich helfe dir. Ey, Gott. Scheiße, ich hab... Boah, Scheiße, ich hab irgendwo, äh, ne Annäherungsmine. Warte. Leute, das ist so lustig. Warte, warte, steht da irgendwo... Weil ich Jude bin, oder wat? Oh, guck mal. Vielleicht kommt er mit Raketenwerfer an. Oder mit einer Granaten. Nö, der ist Level 28. 20. Wird schlecht gehen. Ich hab'n zum Dritten. Ich hab'n zum Dritten. Ich hab'n zum Dritten. Ah, Junge, du bist auch so... ...nur an die Kleineren. Ah. Hallo, König. Schön, dass du wieder da bist. Okay, so you're in serious trouble, ...and you need my help. Okay. Okay. Sprig fettig... ...ich hab'n... Alter, Alter, ich freu' mich immer wie'n Kleinkind, ey. Da hinten ist der Ey, da bleibt euch alles. alle oh man ich habe nicht gekriegt war tarte unterstützung nö er ist alleine ja ich denke ich auch nur auch mir ist es egal ich bin auch den Laden in Luft nicht dran fahren ich habe eine Annäherungsmine gelegt nicht schießen Mann ich mach nichts wenig zu machen mach doch einfach nur nicht ich an der Laden Tür gehen ja ich fahre schon weg ist doch gut danke 3 Sterne ja geh doch weg wer doch immer ist wirst du das so wie erst der direkt am Laden ist egal die ja 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 Gut, ja gut, jetzt lassen wir mal den in Ruhe. Ich kann fliegen. Wie macht... Wie der macht kein Vorwärtssalto? Was ist das für eine Muschi? Was? Drei Zuschauer. Guten Abend. Du bist jetzt schon wieder tot. Gehst du mir aber... Aus dem Weg? Willst du mich verarschen? Erstmal nicht losfahren, ne? Und dann mir vor die... Füße fahren, oder wat? Wer ist der? So, der ist jetzt an der Hauptstraße. Ich würde nicht sagen, dass wir... Los sind, weil wir... 20k... Verfolgen, aber... Fair ist es nicht. Da hin! Scheiße, der hat die Waffe ausgepackt. Ah, man! Super! Great Job! Der kam mir da gerade entgegen mit Rotorad. Rotorad? Ja. Okay, die ist jetzt... Leisen auf... ... ... ... ... ... ... Ah, nein, 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 nein. Ich habe ein Windbeutel durch mein Zahn gebrochen. Ein Windbeutel, ja. Wie kann man ein Windbeutel... Was passiert hier, Hilfe? Scheiße, der ist auf... Oh... ...wollen wir nicht einfach mal zur Party anladen? Ne, wenn er sich nicht... ...der hätte er von... ...gebracht. Ich bin so scheiße da drin. Ich bin so schlecht. Ey, aber der hat... ...kein Nebelabend... ...gebracht. So, warte, warte. Ja, ja, wenn wir... ... Hahahaha Oh boah ihr Cool mit seiner Knarre ich hab ihn erst mal überfahren Boah Ja komm ich wurde noch angefangen Den Wichser ey das Ey alter das ist auch Wir auf Polizei oder sind die eigentlich So cool mit seiner Knarre Ich hab ihn erst mal Boah wie cool Warte 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 bleib Ich will noch bei den Mitteln fahren Und ich wurde von der Polizei Ja komm Heizen die Windbeutel alle Du Dreh Oh Was ist er denn? Warte im Garten Halt dich wieder bestimmt verstecken mit mir Ah Von mir verstecken Niemann versteckt sich vor mir Nein ich ver... An Wie auch mit deiner blöden Knarre In diesem Haus Abwurten sicher Was? Keine Ahnung was hier passiert Mach den Snoop fertig Jungen ey Wollen ey Oh ne Er hat die Karre rein Er kann nicht Ich kann nur jetzt beifahren Natürlich! Er hat die scheiße... Ja trotzdem Der ist auch tot Ich hab ihn gerade noch mit meiner letzten Kugel weggeholt Das Mg läuft Das Mg läuft Ja mach man Ja mach man Ich glaub er dir macht das Aufspaß Die ganze Zeit Ja Das wird ja Dings gesetzt Passivmodus Der wäre einfach auch salopp Da... Verteidigen willst mich schon Ich weiß doch wahre Ey Ey du musst bei den Reifen schießen Achso Der hat keine Ich denke Der ist ein Level 8 Er Riech Woll Ich bin gegen... Warte ich überhole links Oh! Ich... Ich überhole links Bin doch da... Du kannst doch einfach nur... reinfahren Dann überschlägt Denkst du? Ja sicher Suchen Ja eben Warte Ich schneide ne... Er ist ne Abkürzung genommen Oh fuck... Ich konnte ihn durch die Maschendrahton nicht töten Herr Ballacken doch Ich... Junge ich hab auf den geschaut Was... Loll 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 Alter ich überf*** ich überf*** ich überf*** denn jetzt mit meinem Motorrad Sprien Stefan K Wie war der nicht? Alter Erstmal aufzeichnen. Alter, war das gerade geil. Warte, das bist du. Ne, ne, auch scheiße. Ich überf... Ich mach dich fertig. Boom, nimmst du den anderen mit. Ja, aber hier war gerade noch einer. Nochmal, ähm, ein... Gleiche. Ja, egal. Hauptsache tot. War wahrscheinlich sein Kollege. Alter, du... Alter, du... ...letzten Sprung in den Laden retten wollte, ey. Ich glaub, lang... ...ich verarscht. Gleich... ...in Ruhe. Wieso? Nein, es ist GTA. Außer du darfst keine Autos duplizieren. Dann wirst du gebannt. Keine Ban-Lobby. Eine was? Keine Ban-Lobby. ...mehr verkaufen. Ich hab's dran. Boah. Egal. Ich hab's ja noch. Ich hab's ja noch in. Nein, der... ...kann ich nicht mal sterben, ey. Ich bin... ...drei, vier Mal... ...warte, warte, warte, jetzt ich, jetzt ich auch, Mann. Oh, du spät. Ah, hier war eben noch ein zweiter Jünger. ... ... ...